Und zwar geht es in dem folgenden Spiel in unserem ersten gleich um so etwas wie einen doppelten Klassenkampf. Der Klassenbeste, das ist Amina Bielefeld, mit sieben Punkten Vorsprung vor der Konkurrenz, quasi schon mit einem Bein in der zweiten Liga, erwartet den 16. Hansa Rostock. Da geht es ja nur darum, irgendwie die Klasse zu erhalten, aber da die so klasse spielen, das kann man wirklich so sagen, in diesem Jahr 2015, ist das jetzt schon ein echtes Duell auf Augenhöhe. Das ist die Bilanz in diesem Jahr unter dem neuen Trainer Carsten Baumann. Sechs Spiele, keine Niederlage, 14 Punkte. Das ist am Ende sogar schon einer mehr, als die Arminia auf dem Konto hat. Und da stellt sich eigentlich nur noch die Frage, war es auch ein klasse Spiel, Thorsten Winkler? Ja, klasse Arbeit hat Carsten Baumann offensichtlich schon geleistet. Trotzdem hat er seinen Wohnsitz noch nicht nach Rostock verlegt. Umzug erst nach dem Klassenerhalt, seine Devise. Und mit dieser vorsichtigen Art und Weise begannen seine ganz in Gelb spielenden Rostocker auch diese Partie beim Tabellenprimus, der sich in der Anfangsphase äußerst schwer tat, gegen die extrem defensiv eingestellten Gäste. Die erste Möglichkeit für Top-Dreger Fabian Klos, erst nach gut 20 Minuten. Ansonsten kaum eine Lücke zu finden für das Team von Norbert Meier. Erst ab Mitte der ersten Hälfte das Spiel des Tabellenführers mit mehr Struktur. Florian Dick, Hemmlein, Schuhn und Mast ist da! Aber der Jubel von Dennis Mast, da je und schnell unterbrochen. Die Fahne des Assistenten war oben abseits angezeigt und entsprechend und auch korrekt von der unparteischen Bibiana Steinhaus entschieden. Mast beim Kopfball von Hemmlein im Abseits. Keine neue Spielsituation. Es blieb also beim 0 zu 0. Die Schlussphase der ersten Hälfte. Ballverlust Junglas und dann schalten die Rostockers sofort um. Gruppe, Safran mit Platz. Vorbei an Schwolo. Spur leer und Zima macht ihn rein. Bibiana Steinhaus zeigte zur Mitte, aber sofort Proteste der Bielefelder. War dieser Treffer korrekt? Der Jubel von Zima schon ziemlich verhalten und es wurde hektisch. Die Unparteische ging zu ihrem Assistenten und dann nahm sie ihre Entscheidung zurück. Kein Tor, denn so die Wahrnehmung des Assistenten war es abseits und auch das war korrekt. Nur Börner vor dem Schützen. Dadurch Zima im Abseits. Respekt für das perfekte Zusammenspiel des Schiedsrichter Gespanns. Es blieb beim 0 zu 0, aber Rostock plötzlich wie aufgedreht. Als Schwede, Spur leer, Lorenz viel zu weit weg. Und dann ist auch Safran völlig frei. Halil Safran. Letzte Woche erzielte er den 1 zu 0 Siegtreffer gegen Chemnitz. Allerdings eindeutig mit der Hand. Da gab es heute aber nichts zu beanstanden. Alles regelgerecht. 0-1. Halil Safran bringt Rostock in Führung. Aber noch kein Pausenpfiff. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Rostock in der Rückwärtsbewegung noch nicht richtig sortiert. Hemmlein und in der Mitte Schütz. Der Ausgleich durch Tom Schütz. Ja, diese Schlussphase der ersten Hälfte hat es richtig in sich. Der Tabellenführer schlägt zurück. 1 zu 1 der Pausenstand. Einige knifflige Situationen waren dabei. Aber alles katerlos gelöst von Bibiana Steinhaus und ihren Assistenten. Ein Kompliment dafür. Dann kurz nach dem Wechselschock für die Arminia. Top-Dräger Fabian Klos musste mit Oberschenkelbeschwerden raus. Für ihn kam Van der Bietzen. Eigentlich bitter für Bielefeld. Aber die zeigten plötzlich eine ganz andere Dynamik im Spiel nach vorne. Schnelles, direktes Spiel über die Außen. Mast und Hemmlein. 2-1. Bielefeld. Christoph Hemmlein bringt den Spitzenreiter in Führung. Die Ausführung des Kopfballs. Natürlich etwas ungewöhnlich, sagen wir mal. Ein XXL-Aufsetzer. Ziemlich glücklich zum 2 zu 1. Und dann gab es schon wieder Arbeit für Bibiana Steinhaus. Sie zog Gelb-Rot gegen Sumo Salo. Von allem, was dabei heute. Und auch hier lag sie richtig nach diesem Foulspiel des schon verwarnten Rostockers gegen Hemmlein. Gelb-Rot die logische Konsequenz. Innerhalb von nur zwei Minuten brachte sich die Mannschaft von Carsten Baumann selbst um ihren Lohn. Aber Rostock alles andere als kurz vor der Aufgabe. Die Einstellung passte trotz allem immer noch. Ruprecht abgeblockt. Mami King. Und er wird von Hemmlein zu Fall gebracht. Und sofort ertönte der Pfiff. Der Unparteichen. Strafstoß. Rostock. Ja, es war wirklich alles dabei, was die Fußballregeln so hergeben. Und auch in dieser Situation lag Bibiana Steinhaus richtig. Ein ziemlich unnötiges Foulspiel von Hemmlein. Christoph Hemmlein. Er ist der Führungstreffer und dann dieses dämliche Foul. Steven Ruprecht gegen Alexander Schvollo. Und er passte. 2-2. Der Ausgleich für Rostock und das Ganze mit einem Mann weniger. Souverän verwandelt von Steven Ruprecht. Vergeicht die Arminia hier den schon fast sicheren Dreier. Die letzten Minuten. Ecke Lorenz. Und dann springt Junglass am östen. 3-2. Bei Bielefeld. Und dabei blieb es dann auch bis zum Schluss. Ein kurioses Fußballspiel auf der Alm. Rostock wieder mit sehr guter Vorstellung. Aber die Punkte bleiben in Bielefeld. Wir haben heute die Aufgabe super angenommen. Hans hat wenig verloren in letzter Zeit. Wir waren auch richtig gut unterwegs. Und da gibt es natürlich so Tage, wo Arbeitsziege zählen. Ich glaube, es ist nicht unverdient. Genau das sind die Spiele, die man wohl gewinnen muss, um am Ende den Aufstieg klar zu machen. Schönes Spiel von beiden. Aber nach 10 Siegen in den letzten 12 Spielen bei Arminia Bielefeld heißt es langsam Fertigmachen für die Aufstiegsfeierlichkeiten. Wobei, da sind sie ja schon gut präpariert. Die letzte liegt ja noch gar nicht lange zurück. 2013 ist es gewesen. Der gefeierte Aufstiegsheld, natürlich der Trainer Stefan Krämer. Und auch sein Kapitän Thomas Hübener. Die gefeierten Helden mit einer tollen Geschichte. Aber als es dann in der 2. Liga irgendwie völlig überraschend nicht mehr ganz so lief. Ja, ich hέbe mich überraschend an. da sind die Bef Sayingungen an. Ich binично Pinsky, die Sie in die Ne Siri. Und wenn Sie in die meisten Weise zu in dieいつitaus, Untertitelung des ZDF, 2020